Hallo hier zusammen. Das da ist sie. Jawohl, aus deren Sicht spielen wir dieses Spiel und es würde mich echt freuen, wenn ihr mich dabei begleitet mit Kommentaren, Hilfen oder auch einfach bloß, indem ihr euch amüsiert, wie schlecht ich doch bin. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ach ja, genau, ab dem 1.8. hoffe ich zumindest, weil das Released ja abends irgendwann um 19 Uhr. Ich hoffe, dass ich am 1.8. noch eins rausbringe, aber dann auf jeden Fall regelmäßig, denn ihr wisst ja, Glory is mine. Jawohl. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst doch einfach ein Abo da. Ja, einfach hier klicken. Komm, komm, klick. Klick, du willst es doch auch. Na? Jetzt aber. Klick schon. Komm, trau dich. Lass ein kleines Abo da. Komm schon, dann verpasst du auch nichts. Ganz ehrlich. Abonnenten werden benachrichtigt. Ja? Na? Na? Schon geklickt? Noch immer nicht? Na? Jetzt aber. Komm. Einfach. Triffst du das A? Triffst du genau das A? Komm schon. Dankeschön. Dann sehen wir uns alle am 1.8. Bis dahin. Ciao, ciao.